ARD Text im Auftrag von Funk Ich war die Beste von uns allen Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich war tatsächlich die Beste von uns allen Ja, die Ursachen könnt ihr dann wie gesagt in dem Video auschecken Ja, wahrscheinlich Hey, Finger weg, Finger weg von ihr Hey, hörst du auf, wenn ihr zu tanzen? Hallo, ganz kurz, das ist jetzt unser Tanz, Jodie Wir beide, kein anderer, kein anderer Und dieser Typ steht hier einfach nur dabei und denkt, wir hätten auch gern Freunde Jetzt rastet er aus Mann, ich will auch Freunde haben Jungs, Jodie Gehen wir mal ein Tilted, oder? Haha, Stegi, du hast eine Kiste übersehen Habe ich dir überlassen Danke, Mann, Ehre Jodie, möchtest du den Busch haben? Ja, ich will den Busch Komm her Trink den Trank, Jodie, trink den Trank Triegel Ähm, Osten sind Gegner Hab einen Noct Ich bin jetzt den Busch Hab einen Kill Tankstelle ist was Ich bin dein Busch Wir pushen den Nein, du siehst nichts Nein, wir sehen nichts Ich sehe gar nichts Was machen wir, okay, was machen wir, was machen wir mit dem? Warte, komm, hier, hier, hier Ich bin bei den unten Ich habe eine Falle gesetzt Ah, jetzt geht's los Die sind so dumm Okay, lass mal hier ins Nachbarhaus pushen Hier ist noch eine Lilane Skar bei mir Ah, gewonnen Ich bin der Gegner Äh, Jodie, was machst du hier? Ich baue einen Noch einer Ich stehe gegen den anderen Hausten Ja, lass pushen, lass pushen, kommt Wir waren im Haus Oh, f***, ich bin Unten ist einer Das wäre mein Kill gewesen Ah Ich bin runtergefallen, aber ich habe gar keinen Schaden bekommen Ich bin von ganz oben runtergefallen Ah, jetzt, da sind zwei Jodie, wo bist du denn? Jodie, wo? Ich bin gleich tot Jetzt bin ich tot Da, wo ich gestorben bin, da stehen die genau drauf quasi gerade Ja, genau da, Tobi Hinter der Mauer Einer von denen ist saulog Lol Oh nein, ich habe keine Schaden, kann man ihn Ja, hole ich ihn halt so Siege, hier links war noch jemand im Haus drin Echt jetzt? Hä, Leute, ich habe gar keine Schaden Hab ihn downed? Lol, das ging auch schnell Oh, ich habe noch einen Busch Sollen wir den nehmen? Ja, in Gedenken an Jodie In Gedenken an Jodie, okay? Ja Okay, Jodie, ich mache das jetzt für dich Der Busch ist eigentlich nur hinderlich Aber ich mache das jetzt für dich, ja? Guck mal Das ist wirklich hinderlich Das ist richtig schlimm Oh Gott, ist das nervig Oh nein Unter uns Oh Hä? Dieser verf***te Busch, ich habe ihn nicht gesehen Meine Tränke, meine Tränke Ich habe durch diesen Kack-Busch nichts gesehen Jodie, guck, ich habe einen Kill mit dem Busch geholt Ja, habe ich gesehen Wie kann ich das Gewehr haben? Heute ist der Tag, wo wir sie ehren Jodie, den Busch Gemeinsam tanzen wir jetzt zusammen den besten Kumpel-Tanz für Jodie Eins, zwei, drei Sehr gut Ich stehe gedabbt einfach auf der Beerdigung Sie ist tot Sie ist tot, Mann Ja, Spaß Ich sehe da, Leute Westen, Westen Leute, die hitten sogar krass Einen hittet Ich springe da einfach weg, Leute Ich bin ganz weit weg von euch Ne, ich will die schon töten Okay, wir springen doch weg Ja, kommt zu mir oder so Ist ganz entspannt hier Die sind hart Komm, wir fliegen direkt in die Zone Wir fliegen direkt in die Zone Ey, Drache ist so fett, ey, wow Da sind noch welche, da sind welche, da sind welche Okay, lass uns hier hochbauen und dann mit dem Schrotflindel von oben pushen Aber lass uns immer doppelt bauen Doppelt bauen, ist geil Guck mal, ich mach hier wie dieses Ding kaputt Mann, wieso baut ihr mich dazu, ihr Affen? Hab einen Nockt Oh, Hilfe Ich bin Nockt, ich bin Nockt Der wird mich finishen, der wird mich finishen Ey, ich weiß nicht, wer von euch mich gerade zugebaut hat Aber es war der unnötigste Move seit langem Das weiß ich, aber es hat Spaß gemacht Danke, Stegi, danke, Mann Korrekt von dir aber Ehrenmann, Ehrenmann unsinnvoll einfach Weißt du, ich schieße mit der Skala drauf Der Typ steht still, Stegi baut ne Treppe dahin Aber ey, Matt, Matt, respect for the move Kann man einfach sagen Ich hab's sogar dazu gezeigt So, ich bau dich jetzt ein Echt jetzt? Ja Na, lauf welche Na, wie der von AFK steht Ich bin AFK, ich check mein Leben nicht Okay, Tanten Tanten Wie bist du ein Tanten Tanten Achso Okay, haben wir Danke Sehr gut Das war mein Kill Ja, was? Dafür Oh, man, Reed West Virginia Looch Mountain Jerry on the way Hey, Sir Baby, ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um zu singen? Aber zum Tanzen Nein Jody Hab gemacht, Jody Danke Hab gedappt Sehr gut Fubi, du hast nicht getanzt, ne? Sehr gut Oh mein Gott, das war so knapp, Alter Leute, wollt ihr die echt challengen? Ne, ne, auch gar keine Falle Die haben Highground und sind runtergefallen Die haben Highground und sind runtergefallen Welche wollen wir pushen? Oh Entschuldigung, ich weiß nicht Ich weiß auch nicht, wo das herkam Ich würde sagen, Leute Ihr müsst alle mal einmal kurz zusammen tanzen Damit ihr wieder Team-Spirit habt Ist wichtig Ja, sehr gut Ich hab's gesehen Hier, Rewinzeit Genau Danke, danke, danke Denkt da dran Das ist dumm hier Oben einer ausgenockt, ne? Hab noch einen 90 gezogen Hab einen glockt, hab einen glockt noch Einen noch glockt Komm, wir müssen hoch, wir müssen hoch Bringt ja nichts Es bringt ja nichts, wenn man hier nichts macht, ne? Lol, der hat mich direkt gefändig mit dem Raketenwerfer What the fuck? Ich bin gleich down Lol Lol, ich bin Nein, ich bin von irgendjemand anders gesnipet worden Okay, Jungs, spiel das Safe runter Gegenüber, gegenüber Oh Gott, lol Tobi, lauf einfach weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg Versteck dich irgendwo Ah! Du wirst gleich, dass deine Projekte in Rot gibt Einer direkt unter dir Noch einer, der andere ist auch da Direkt unter dir Nein, Bro Ah! Nein! Wie viele Kills hast du, Rewi? Ich hab sechs und du hast acht Naja, okay Ich hab neun Oh, hier ist ein ganzer Sport auf meinem Dach Ja, hör auf dich an Ex-Stream-Rust Alter, ich bin tot Hier ist direkt der Rewi, ne? Direkt rechts von mir Rechts, rechts, rechts Noll Die kommen runter, Stiggy Ich kann nix machen Ich muss die Essen und Schlüssel aftrinken Ja, kranken Hit von mir bekommen Headshot 62, Tobi Von mir auch Woher Da müssen wir pushen Ich hab 17 Schuss Egal, ich komm mit Links um die Ecke jetzt Hab ihn nockt Ja, ja, genau Hab ihn nockt Hier ist noch jemand Rewi, hinter dir, hallo Ich bin das Nein, das bist du nicht Achso Zauber Rewi, der kommt Ich heile dich Ich bin alle down Oh, ich hab drei Kills gemacht, Leute Ich auch Hier, Jungs, Lagerfeuer Setzt euch ans Lagerfeuer Und da singen wir das Lied Den besten Kumpel tanzen wir Holen uns den Sieg Ich bin auch down Aber da oben ist einer Und der ist runtergefallen Der ist am Auto Leute, hallo Da kommt einer Achso Der kommt rein jetzt Ist drinne Ich will mich erschießen Danke, dass ihr den nicht Mich erschießen habt lassen Hab dich, Baby Danke Baby, kann ich schon Danke, Baby Ja, chill doch mal Ich muss jetzt erstmal Jordi heilen Und dann brauche ich erstmal Verbände, Alter Nee, ich bin wichtiger jetzt hier Ich hasse euch Wer schießt da? Hab ihn Soll ich dich ein bisschen einbauen? Nein, ich bin sauer Von links Aus dem Fenster Aus dem Fenster Aus dem Fenster Mein Fuß kommt raus Uch Ich hab nur noch vier Vier Stegi Ich hab dich doch Vier 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 Hilfe Hilfe Tauen Nein Ja, versuchen wir das nochmal Raus, Jungs Komm, Jody Ich geh vor dich Da kannst du nicht mehr schießen Ich hab einen eliminiert Ich hab einen auch Hast du echt einen? Du hast einen Ja Sie hat einen Erf Erf Einer noch Das Ich bin auch genockt, Stegi, Stegi, hast du gesehen, der Typ unten drinnen? Hier, bei mir im Haus ist noch jemand, bei mir im Haus ist noch jemand. Oh, wow, ein Schuss einfach. Okay, danke. Ich sehe den Gegner, Süden, aus einem fetten LKW. Oh Gott, Dreierteam. Viele Leute gehen in den LKW, sie sind zu viert in einem LKW. Hallo, hallo, hallo. Haben wir einen knock? Hopp. LOL, ich habe keinen bekommen, oh mann. Hä, wie viel? Guck, Stegi, hier ist deine Scar. Ja. Du hast mir jetzt zu viele geklaut, wie viele Kills hattest du hier gemacht? Tobi hat einfach wieder alle abgezogen, Alter. Das macht ihr immer. Ich habe zwei für F***er ausgenockt. Ja, richtig, du machst es jedes Mal, Alter. Du hast die Schöße verpissen, Mann. Jetzt reicht es mir. Wo sind die? Ach so, da wo die gebaut hat. Ach, hier, einer pusht. Drei. Einer von denen schon low, also einer von denen schon low. Einer steht dir neben dir, ne? Ich bin knocked, wow. Nein. Nein. Oh, lol. Ich habe ihn nicht gesehen. Tobi, bau mich schnell ein. Stegi, kannst du Jody retten? Jody, ich komme zu dir. Komm ein bisschen runter, dann können wir uns jetzt hier ein Häuschen machen. Oh, schön. 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 Hallo, es reicht. Keine Intimitäten da vorne. Stegi und ich haben jetzt ein Haus. Was hast du? Ey, Stegi, wenn du mir Jody wegnimmst, ne? Also, bei dir habe ich nur eine Wohnung. Bei Stegi habe ich ein Haus. Ich weiß jetzt nicht. Boah. Andersrum, Stegi, wenn du mir... Hört auf einfach damit. Hier schießt einer am Bogen. Warte, wir schießt einem Crossbow. Trune kommt. Ey, die sind immer noch hinter uns, oder? Ja, die sind nur noch da. Warte mal. Nice. Oh mein Gott, ich bin knocked, ich bin knocked, ich bin knocked. 200 Meter, 200 Meter, 200 Meter im Kern. Baut mich an. Das ist so viel. Ja, ja. Ich sehe gegen Norden, ne? Ja, wir hätten echt nicht schießen sollen. Weil, wenn die jetzt Raketen-Ref haben oder so. Jungs, nicht gut. Oh, einer ist hier. Ja, ich bin down, Alter. Von oben. Ach, ich bin so schlecht. Ey, die sind so in der Alter. Wer kommt mit zur Tankstelle und tankt auf der Stelle? Ey, hier sind Gegner drin, ne? Baby, keiner kann dir helfen gerade, ne? Ja, moin. Dankeschön, Jungs. Wo sind die? Direkt vor mir. Ich habe einen getötet. Ich glaube, wir haben andere. Ja, ich glaube auch. Okay, Jungs. Also, back in the game. Wir sind auf jeden Fall gerade richtig krank am Bienen hier, Leute. Wir haben gar keine Kills. Alle gewonnen. Ich habe keinen. Also, ich weiß ja nicht. Jungs, ihr seid doch 20.000 Meter weiter als ich. Ich nicht. Ich werde von rechts angeschossen. Von rechts. Was? Tja, was hast du davon? Au. Von hinten? Was ist das? Ich werde die ganze Zeit nur niedergeschossen. Oben. Berg. Südaußen. 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 Ja, mein erster Kill. Den finische ich. Ja, der ist tot. Den finische ich. Schau dir, hilf ihn mal. Was? Ja, ich bin down. Warum? Hilf dir doch mal. Jungs, Mann. Ich bin hier mitten im Kampf, Alter. Was soll ich denn machen, du Affe? Ich helfe, Iwi. Oh Gott. Diggi, ich hab dich. Ich hab dich. Wie geil, was die anderen machen. Ich hör dich auf. Nein. Mann, diese dummen Hupen, Seine. Nein. Ich hab keinen. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Es kotzt mich nur noch an, ey. Junge, Mann. Das ist doch nicht wahr. Ich pushe dir alleine und dieser Hupensohn ist... Finish ihn den Hupensohn. Fick ihn, Alter. Ja, Mann. Ich bin gepusht. Das war so dumm von mir, Alter. Ich wollte einfach. Raketenwerfer vielleicht noch? Hast du einen? Ja, ne, hab ich nicht. Aber ich hab halt einen Sniper. Du musst in die Zone gehen gleich, ne? Oh, Scheiße. Oh, was? Warum nicht? Bin ich so hoch? Ja, du musst viel höher aim. Wenn du jetzt den Raketenwerfer da reinballern würdest, ne? Ach, brauche ich. Nee, oder? Ist doch nicht so geil mit Raketenwerfer, oder? Ich muss jetzt eher pushen, glaube ich. Ist der bei dir? Echt? Ja. Ich hab keine Shotgun mehr. Hier eine Pistole, guck mal. Hallo. Ich bin komplett am Arsch. Willst du zurücklaufen, ne, ne? Ne, ne. Ich hole mir seine. Oh nein, jetzt ist es vorbei. Hinter dir, ja. Außerhalb, siehst du? Ja, ja. Kommt jetzt von oben wahrscheinlich. Zwei Leute. Ey. Ja, Leute. Ihr habt's grad gesehen. Schade. War ein gutes Zusammensritt. Hat Spaß gemacht, Jodie? Ja, Spaß. Ja, geil. Okay, Leute. Lassen wir uns da oben da oder rein. Leute. Das war ja schon. Es lieb's.